Ich will ihn weghaben. Oh, super. Gut gepatcht. Prima. Los geht's. Ha. Viehzüchter helfen. Sind ja prima an. Flupp. Wer greift hier an? Aha. So. Wunderbar. Ein Geieraptor. Zack. Zack. Hä, ich hab da nur mal geguckt? Blödmanns Raptor. Ich hab keine Zeit dafür. Den Zypen gekillt. Hier, der greift das Vieh an. Na, das zählt natürlich nicht. Soll ich ihn mit dem Kuh fladen? Separatisten in den Kopf schmeißen. Da oben stehen sie doch. Die werden wir uns jetzt vornehmen. Kuckuck. Ich hab da. Okay. Ich hab da. Ich hab da. Dann komm. Dann komm. Dann komm. ha 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 ja dazu haben sie den gleich verprügelt jo da warte ich noch jetzt haben sie verprügelt so haben sie den verprügelt jetzt kann ich ihm gleich noch resten so schön aufstehen ich hätte doch geholfen hätte ich gekonnt hehehe hehehe so Huhn 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 den blöden Punkt hab ich jetzt auch Fein ich würd sagen oh da rennt wer versucht das Vieh zu erschießen das können wir nicht zulassen hopps da ist ja nix drin ne 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 dann haben sie aber schön die Mangel genommen raus damit nö sind die auch noch separatisten sieht nicht so aus ne ziemlich weit weg vor dem herz knallst knallst du wo doch da ist doch einer klop knallst du die 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 zack habe ich den Wegpunkt schon, ne den krieg ich schon nicht mal angezeigt krass manchmal ne drei Meter vorher krieg ich schon den Wegpunkt nicht angezeigt Moor 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 Zwiebel Zwiebel nö Baum da ist er bestimmt auch was da ist er schon, ich sehe Na und hm 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 Hoppy. Hoppy. Ich werde euch retten. Finden. Wieso überhaupt? Na, 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 na. Die zählen natürlich nicht zu meinen Separatisten, oder? Na klar. Ich brauche euch. Und jetzt? Meinst du da lang? Glaube ich aber nicht. Das kannst du aber getrost vergessen, Chef. Da oben. Hier kommt man da hin. Boah! Was wollt ihr? Du mir helfen. Du mir helfen. Ja, wie zum Teufel komm ich da hoch? Und da hinten irgendwie. Hä? Ja lol! Wart mir endlich da hoch. Wie soll ich da hochkommen? Ja! Oh! 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 Da hinten. Ne. Ja lol. Das finde ich aber ziemlich schwierig. Da von der Schräge, hier über diese Spitze, muss er von da hinten irgendwo kommen. Spitze. Da hinten. Die muss ja ganz hinten irgendwie rein. Da schräg, schräg, schräg. Nö, ich guck mir das jetzt an, hier. Wie das hier geht. Schräg. Das war's. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen sollte. Jetzt kann's sowas von knicken. Warte. Sieht nicht so aus, wenn er sich auskennt. Kein Warke, der sich aus. Weg hier! Ah, Misty. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ja, wie zum Teufel soll ich da hochkommen? Was ist das denn für ein... Entschuldigung, Scheiß. Und wieder. Ich würde sagen, hier die Ecke ist auch nicht schlecht, um dieses Ding zu zünden. Alle 30 Sekunden einzukillen. Ich will nur hoch. Irgendwie. 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 Irgendwie.